So, willkommen zu einem neuen Erfolgsguide. Dieses Mal geht es um den Erfolg Schwingender Gerechtigkeit. Darin geht es darum, die Abkürzung in Welt 2, Zone 2 zu finden. Ich befinde mich gerade hier nach der ersten Krake an diesem Checkpoint. Ihr geht dazu hier einfach hier hoch. Übrigens, ihr solltet auch einmal Zone 2 abgeschlossen haben, ansonsten habt ihr nicht den Skill herumschubsen, den ihr gleich brauchen werdet. Ihr kommt hier hinter und ihr seht hier schon, hier ist eine Wolke, hier geht es um die Ecke. Da ist auch so ein Block zu sehen. Ihr müsst auf diese Wolke hier springen. Es ist ein weiter Sprung. Es kann also sein, dass ihr ja mehrere Male Versuche braucht. Dann wendet ihr hier zweimal den Skill herumschubsen an, um diesen Block nach vorne zu schieben und klettert dann auf den Baum hoch zu diesem Adler, der euch dann über dieses Level hinwegfliegt, bis, wenn ihr sogar, wenn ihr ohne weitere Fehler hier es geschafft habt, dann am Boss seid. Wenn ihr früher schon herunterfliegt, dann seid ihr an einem anderen Checkpoint angelangt vorher. Um dieses Minispiel recht einfach zu machen, guckt ihr einfach hier nach hinten. Ihr seht schon, hier kommt Eulen und weicht den immer aus. Es kommen auch von vorne Eulen, aber die, vor denen seid ihr geschützt an dem Kopf. Ihr weicht einfach so ganz geschickt aus und dann ist das auch schon machbar. Ich lasse es einmal auch kurz durchlaufen. Das Minispiel. Ich lasse es mal kurz durchlaufen. So, wie ihr seht, sind wir jetzt hier schon am Endgegner. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. 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 Mal.